Hi, ich bin Julian, Produktmanager bei Schmitz Cargobull. Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Smart. Alles wird smart. Handys, Autos, Häuser, Wohnungen, ja sogar Kühlschränke. Für Besitzer eines Curtainsiders oder eines Trockenfrachters war es bisher nicht selbstverständlich, die Vorzüge einer Telematik zu genießen. Mit unserer neuen Trailer Connect CTU ändert sich das. Zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis wird Ihr Curtainsider oder Trockenfrachter zukunftssicher und auch smart. Unsere CTU, die speziell für Curtainsider und Trockenfrachter entwickelt wurde, ist das zentrale Datengateway im Trailer und kann sich sehen lassen. Da ist zum einen die Hardware, sie ist nach höchstem Automotive-Standard zertifiziert und der integrierte Akku verfügt sogar über eine Heizung. Somit kann auch bei Minustemperaturen die Telematik noch geladen werden. Ein Reifendruck-Kontrollsystem, das nicht nur den Druck, sondern auch die Temperaturen im Reifen überwacht, steht ebenfalls zur Verfügung. Und damit sichergestellt ist, dass keine Informationen verloren gehen, ist die Trailer Connect CTU mit einer GlobalSIM ausgestattet. Das bedeutet, Sie sind immer und überall im besten Netz unterwegs. Einfach smart, oder? einverräumatik. Das ist eine die Hörger McKinie. Vielen Dank.